Vor 500.000 Jahren kam aus den Untiefen des Weltalls Lucifer zu uns herab und blieb im Verborgenen, bis ein Mann auszog und sich auf eine gefährliche Reise machte, tapfer, wagemutig, um sich der dunklen Macht zu stellen. Ich fange nochmal ganz von vorne an. Wir wissen alle, dass die Nachfahren von altägyptischen Pharaonendynastien heute immer noch aktiv sind und in Form von Königen, Premierministern, Präsidenten oder ähnlichen hochrangigen Staatenführern mit der Hilfe von dunklen Mächten die Bewohner der Erde in nicht selbstständig denkende Roboter-Sklaven verwandeln wollen, Gender-Mind-Fuck für die Frühsexualisierung deiner Kinder, um sie mental und körperlich zu missbrauchen, Religionskriege, um deine Brüder, Väter und Söhne als kleine Soldaten auf den Schlachtfeldern zu verheizen, deren Anführer sich auf beiden Seiten gut verstehen, Rassenvermischungen für die Totalauslöschung der kulturellen Vielfalt und der Abschaffung völkischer Unterschiede, Kugelerden-Fiktionstheorien, um jedem Freidenker klarzumachen, dass die Unendlichkeit eine um den Erdball kreisende weiße Taube in deinem Kopf ist. Das ewige Märchen von dem zu Neige gehenden Öl, um dich gefügig zu machen für die nächste Preiserhöhung an der Tanke. Lügen Medien, Lügen Werbung, Lügen Presse und Lügen Politiker, deren Pädophile Vorliebe sie erpressbar machen soll, um Entscheidungen der Elite zu verkaufen, bei denen du mit deiner letzten Restempathie im Strahle speien würdest. Dein Gott heißt Geld und zwar Unbar, damit du deine Seele auf einen Mikrochip unter der Haut trägst und der der unbarmherzigen Gnade von Psychopathen ausgesetzt bist, die dich nur noch denken lassen wollen, dass es sowas wie substanzielle Werte in Bits und Bytes überhaupt noch gibt. Durch jeden Fehltritt im System ein kleiner, klitzekleiner Kritikpunkt, Arbeitsverweigerung oder den Wunsch der Aufbegehrung bist du mit einem Fingerdruck abgekapselt vom Rest deiner Sklavensippe und frisstest dein Leben zwischen staatlich verordneten Elektro-Autoparkplätzen und von den grünen ins Spiel gebrachten Sondermülleimern für den gentechnisch modifizierten Dreck, den du dein Essen nennst. Du lebst in einer Welt, in der dich Computerspielehersteller auf 18 Millionen Dollar verklagen, weil du ihnen eine schlechte Bewertung bei Steam gegeben hast, in der man sechsjährige Kinder auf dem Rücksitz der Elternkarosse niederschießt, der mit der Durchschnittsängstling kapiert, wir knallen jeden ab, wie einen räudigen Straßenköter, der unsere Allmacht in Frage stellt und an dem Stuhl unserer Macht sekt, in der man die Regierung zwingt, durch CETA und TTIP amerikanischen Schmutz in die heimischen Supermarktregale zu stapeln, um die Ami-Wirtschaft vor dem kommenden und unausweichlichen Wirtschaftskollaps zu retten. Eine Bundesregierung dich höflich einlädt, sich doch bitte für zehn Tage autark versorgen zu können, um dir auf der einen Seite das Fürchten zu lehren und die Wirtschaft anzukurbeln und um dir auf der anderen Seite im Nachhinein sagen zu können, wir haben es dir doch gesagt. Eine Welt, in der Notenbankchefs, Aktien angeschlagener Konzerne und Zombie-Banken kaufen, Staatsanleihen mit Negativzinsen, Unternehmensanleihen, alles was angeboten wird, um die ohnehin schonwässrige Suppe der Sparer noch H2O-haltiger zu gestalten und den kommenden und unausweichlichen Crash der Finanzwelt noch drei Wochen hinaus zu zögern, in der man Containerschiffe auf der ganzen Welt als Pfand für nicht ausgeglichene Schulden hält, Österreich sich auf soziale Unruhen vorbereitet, Russland mit 40 Millionen Ureinwohnern die größte zivile Luftschutz- schrägstrich Bunker- schrägstrich kriegsvorbereitende Übungen abhält seit dem angeblichen Ende des Kalten Krieges. Der größten Blasenbildung bei so ziemlich jeder Form von Krediten, in der ein Venizulaner für eine und zu silbern Nahrung für ein halbes Jahr bekommt, dort sieht man beispielhaft unsere Zukunft und das, was sich die meisten hiesigen linksversifften Träumerchen aller »so was gibt's doch nur der drüben« Argumentierer gerne wegdiskutieren würden. Und vergessen Sie nicht Indien. Das über Nacht beschlossen hat, 500 und 1000 Rupien Scheine zu entwerten. Ein geschickter Schachzug auf dem Weg zur bargeldlosen Zombie-Gesellschaft. Eine Welt, in der eine große Nation die scheinbare Auswahl zwischen einem deutschstämmigen Hochgradkapitalisten mit Bräunungscreme oder einer waffenschiebenden und teufelsanbetenden Kriegsmarktschreierin hatte, die beide, wie könnte es anders sein, Verbindungen zur Wall Street, satanischen Kindersexringen haben und der eine die Abrissbirne der Ökonomie und die andere die dritte Weltkriegsknopfdrückerin spielen darf. Beide stammen vom König Heinrich III. aus England ab. Wo man sich mit gutem alten Hausmanns Terror und der Leidensenergie von gefolterten und geschlachtetem Tieren die Angst füttert, bis du dich mit Übergewicht und Bluthochdruck zum weißen Engel schleppst und dich bis zur Zeugungsunfähigkeit impfen lässt und du dir mit chemischen Kampfstoffen in Form von kleinen bunten Tabletten den Tod verabreichst. Wenn dich in dieser Welt das Glyphosat aus den Discounterprodukten, die Giftbrühe aus den Cap-Trails, Chemotherapie, der zunehmend aggressive Straßenverkehr oder die Neukömmlinge noch nicht umgebracht haben, dann werden es deine eigenen negativen Gedanken aus deinem depressionsverseuchten Gehirn sein. Wenn du dir pausenlos solche Videos reinziehst wie dieses, in der dir alles schön aufgezählt wird, was uns 2016 nach Christi Geburt alles ergriffen hat. Aber irgendwas ist diesmal anders. Die Menschheit hat keine Lust mehr, sich den vierten Flat Screen und das achte Schlautelefon zu kaufen, um sich selber im Geiz aufzugeilen. Die Menschen haben keine Lust mehr, sich von kaltherzigen Großunternehmen aussaugen zu lassen, indem sie als kleinste Kerze auf der Torte noch den letzten Dreck aus der Firma ihres Achs so großzügigen Sklaventreiber fegen, damit am Ende des Monats ihr Schornstein noch raucht und ihre vernachlässigten Nachwüchse was zu fressen haben. Sie beginnen zu begreifen, dass anders als vom Gaukler und ihrem Erika propagiert sie nicht das verwutbürgerte Pack sind und sie kein Problem darstellen. Sie informieren sich weit ab von den sich stets verhündenden Märchenmedien, den von US-Rail gleichgeschalteten Manipulatoren aus der Flimmerkiste, die ihnen auch noch in 100 Jahren erzählen werden, dass die Deutschen die ewige Last der vergangenen Schuld auf ihren gedemütigten Rücken zu tragen haben. Die kleinen Leute auf der Straße verstehen, dass sie mit gesunden Nahrungsmitteln fernab der Wursttheke und viel Bewegung an frischer Luft ihr Leben verlängern können und nicht mit aufmerksamen, liebevollen Medikamenten vom Onkel Doktor, der für jede indizierte Giftspritze Bonis von der Pharma-Lobby einstecken darf. Polizisten und Soldaten bemerken allmählich, dass sie die Prell- und Sündenböcke für das pure Versagen des Systems sind und keine Zukunftsperspektiven in einem Land erkennen, das in Asylantenkriminalität erstickt, deren Orde per Muff die Maulkörper an ihren Mündern anfangen zu brennen und sie keinen Sinn mehr darin sehen, auf die letzten aufrichtigen Deutschen einzuprügeln, deren Sprösslinge die selber als Schule getarnte Hirnwaschanstalt besuchen wie die eigenen Juniors. Der Durchfall, der aus den Unterhosen der Hochgeschwindigkeitsaktienaustauscher quillt, weil ihre Därme von der Tinte der Wertlospapiere schon zerfressen sind und deren Angstschweiß vor dem kommenden Finanz-Super-GAU stinken bis zum Geldhimmel des Umverteilungsungerechtigkeits-Universum. Und sie wünschen sich jeden Abend, wenn sie ihre 5 Schlaftabletten mit 50 Jahre alten Brandwein herunterspülen, um noch 2 Stunden Schlaf zu erhaschen, dass sie morgen eine monetäre Entzugstherapie beginnen werden, um in 20 Jahren in den Spiegel schauen zu können, um noch einen Hauch von Menschlichkeit zu sehen. Dabei fing alles so schön an. Wir hatten doch wirklich alles, was man sich vor 100.000 Jahren nur wünschen konnte. Nur wünschen konnte. Nur wünschen konnte. Nur wünschen konnte. Sie kamen zu uns, die man als abgespaltene Seelenkörper von höher entwickelten Wesen benennen könnte, die einige traumatische Erlebnisse durchmachen mussten, wie der Zerstörung ihres eigenen Planeten beiwohnen. Sie kamen zu uns als Dämonen und nisteten sich in die Innererde ein und studierten von dort aus unbemerkt den halbnackten Urmenschen im Garten Eden, der dort ohne Charme und Schuld herumlief und nicht einmal den Unterschied zwischen Gut und Böse kannte. Diese diabolischen, verfeinstofflichten Wesen aus der schwefligen Unterwelt saugten das menschliche Sein geradezu auf und schmiedeten einen hinterhältigen Plan, wie es ihnen gelingen würde, die emotionsbetonten Herzensmenschen zu manipulieren und sie zu willenlosen Sklaven zu machen, die ihnen auch noch freiwillig helfen würden, diesen blauen Planeten in eine von Giel zerfressene karge Wüstenlandschaft zu verwandeln und die humanoiden Gotteskinder gleichzeitig geistig zu entleeren und ihnen alles Natürliche und Biologische absprechen könnte, damit sie selbst einsehen würden, dass eine Welt mit unselbstständigen lebenden Befehlsempfangsmaschinen ein großer Schritt fort von allem Lebendigen ist, ein Fortschritt des Menschen. Der Teufel nutzte eine entscheidende Komponente des menschlichen Miteinander aus, welche er selbst noch vor Urzeiten aus sich selbst heraus wegklonte, da er es gegen die absolute und allumfassende Intelligenz eintauschte, etwas, was im ganzen Universum nur die Abkömmlinge des Himmels hatten und das er nun bei ihnen als Schwäche sah, das, was er selbst nie imitieren konnte, so sehr er es auch versuchte, das Gefühl der Liebe. Die Menschen liebten die Natur, also ließ er sie durch sie selbst zerstören. Die Menschen liebten einander, also säte er Zwietracht unter ihnen. Sie liebten den Himmel und das wärmende Licht der Sonne, also zog er einen grauen stinkenden Schleier davor. Sie liebten die Freiheit, also gab er ihnen die Arbeit. Sie liebten den Verzicht von physischer Nahrung, also gab er ihnen krankmachende Füllstoffe für ihre Mägen. Sie liebten ihre Kultur und den Frieden, also gab er ihnen den Krieg. Lucifer selbst ernährt sich vom Leid der daraus resultierenden Umstände, die die Menschen und die Tiere jetzt in Hülle und Fülle aussonderten. Wer sich mit dem Thema Trauma und die Habitusse der Traumata-Opfer auseinandersetzt, wird bemerken, dass die Dämonen genau handeln wie eben diese. Sie müssen all das Leid, das ihnen auf ihrem Planeten wieder erfahren ist, neu und immer wieder durchleben, um es verstehen und ablegen zu können. Aber ihnen fehlt was, das Gefühl, also stehlen sie es uns aus Neid und Missgunst. Wer im dritten Jahrtausend nach Christi immer noch glaubt, dass die Freiheit und das Glück, vier Leichtmetallräder, ein Touchscreen, ein dicker Goldring oder ein Luxus-Apartment in Manhattan ist, denen wird man auch in Zukunft wenig helfen können. Denn er ist schon materialisiert von den Kräften, die uns alle steuern. Es wird einen Bewusstseinssprung geben, der genau so intensiv kommen wird, wie er gebraucht wird. Einen Knall, der genau so laut hörbar sein wird, wie ihn auch der letzte Gehörlose noch wahrnehmen kann. Die NWO hat keine Chance. Wenn wir uns jetzt alle noch einmal ein bisschen zusammenreißen und dem Bösen ein Schnäppchen schlagen. Es wird dem einen oder anderen wehtun, aber schauen Sie sich einen gewinnenden Boxer an den letzten Runden an, der leidet Höllenqualen. Eine werdende Mutter bei der Gebärung vergisst auch alle Schmerzen, wenn das kleine Würmchen erst in den Armen liegt. Aber bis dahin ist es alles andere als schön. Wer glaubt, jetzt die Augen schließen zu können und erst wieder blinzeln zu dürfen, wenn alles vorbei ist, wird sich mit Sicherheit an der richtigen Stelle zu Tode erschrecken. Wir haben so gut wie gewonnen, aber das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen können und die Show mit Chips und Bier genießen dürfen. Die kommende Krise wird nochmal alles von uns abverlangen, was uns an Restkräften übrig geblieben ist. Eine künstlich herbeigeführte Krise durch die dominante, irrsinnige Minorität, um uns ja allen zu zeigen, wie schlecht es doch mit verschiedenen Kulturen, Bedürfnissen, Sprachen, Bargeld lief. Doch sie haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Ihr dummes Spiel ist so durchschaubar, dass selbst der letzte Trunkenbold unter der S-Bahnbrücke kapiert, was hier gespielt wird. Eine so deutschlandfeindliche und US-raelfreundliche Politik hat wahrscheinlich noch nie jemand zuvor erleben dürfen, was das deutsche Volk an Verhöhnungen und geistigen Arschstritten erleben darf, trotz jeder Vorstellungskraft. Und nehmen Sie es bitte nicht persönlich, dass die Elite beschlossen hat, sie gegen Muselmannen und Schwarzafrikaner auszutauschen. In Australien finden sie ja nur wenige Aborigini, aber dafür viele Briten. In Brasilien finden sie nur noch wenige Indianer der Asurini und Bororo-Stämme, dafür viele Portugiesen. In den USA finden sie wenige Chiruki oder Navajo-Indianer, sondern nur Iren, Franzosen und andere Randeuropäer. In Mexiko nur wenige Masotheker, sondern nur Spanier. Und jetzt, ja, jetzt sind einfach wir dran, damit sie ihre ewige Wand des ihnen so verhassten Gewohnheitsrecht durchbrechen können und hier jeden Neuling in das britische Handelsseerecht ziehen können. Gehe in die Stille, meditiere, entgifte und stelle dir die Frage, wie und wo siehst du dich in einem, fünf oder zehn Jahren? Willst du weiter schuften gehen für ein ausbeuterisches System, das dich und deine Kinder zur Dauer überwachten Sklaven umzüchten will? Oder fängst du mit deiner Heilung an und lässt diese wie eine wärmende Decke allein durch dein Handeln anderen durch Nachahmung zukommen, damit diese sich in einem ewigen Winter des staatlichen Missvergnügens daran laben dürfen? Finde wieder Vertrauen in die natürlichen Prozesse. Vielleicht denkst du über eine Hausgebärung nach und rennst nicht wegen jedem kleinen Wehwehchen in ein Krankenhaus. Unterstütze Menschen, die deine Hilfe brauchen, wenn du noch in Saft und Kraft stehst und bemerkst, dass diese nicht mehr ganz so können wie andere. Vertraue dem bevorstehenden Bewusstseinssprung und verfall nicht in jugendlichen Aktionismus, nur weil alle vom Dritten Weltkrieg reden. Lass dein Geld nicht in Institutionen liegen, die selber 45 Billionen Schulden haben und nur darauf warten, den Stecker vom Hauptserver ziehen zu können. Beschäftige dich mit Dingen, die du willst und nicht mit Dingen, die du nicht willst. Sei kreativ und konstruktiv. Zeichne, lese und musiziere und gib stets auf dich acht. Dein physisches Leben hier ist eine begrenzte Reise auf einem Planeten, der dir alles geben kann. Befreie dich von materiellen Denken und von der BRD GmbH, die dich aussaugt wie eine Zitrone und dich im Alter fallen lässt wie eine heiße Kartoffel. Hole dir Werkzeuge wie den gelben Schein oder informiere dich bei der verfassungsgebenden Versammlung, wie du und dein Land wieder souverän werden kannst. Stell alles in Frage, auch das hier erwähnte. Informiere dich und informiere andere. Und ich wiederhole jetzt einen Satz von Alexander Wagant. Wenn du weißt, wer du bist, dann kann dir keiner was. Mensch, Person, Sklave oder Bioroboter. Du entscheidest.